Der Hafen der Weltstadt New York erlebt eine unruhige Nacht. Ein schwerer Raubüberfall alarmiert das FBI. Es geht um Goldbarren im Wert von 3 Millionen Dollar in diesem aufregenden Kriminalfilm. Und um Mord. Ein neuer Höhepunkt der deutschen Erfolgsserie von Weltruf. Mit dem berühmten FBI-Mann Nummer 1. Todesschüsse am Broadway. In New Yorks weltbekanntem Vergnügungswirtel findet Jerry als Taxifahrer getarnt eine erste Spur. Führt über diese Frau der Weg zu den Schlüsselfiguren der amerikanischen Unterwelt? Mr. Davis, sollen wir sie uns schnappen? Ja, zeig, dass ihr besser seid als Harry und sein Verein. Wenn du nicht endlich sagst, wer du wirklich bist, dann mache ich dich kalt, du Schnüffler. Wer denn wohl unnass ist? Wo ist das Gold? Ich weiß es nicht. Du weißt es. Nein. Nein. Jerry Cotton gerät zwischen zwei Feuern. Rivalisierende Banden liefern sich erbarmungslose Kämpfe. Jerry in rollendem Einsatz. Wer ist der Mordschütze, dem niemand entgeht? Todesschüsse am Broadway. Das Meisterwerk eines Krimiexperten. Jerry kennt seine Gegner. Costello. Ein neuer Fall nach FBI ab. Wie heißt es das schön in der Dienstvorschrift? Wir sollen die Bürger schützen, aber wer schützt uns? Alle jagen sie dem Gold hinterher. Drei Millionen und das wird mir gehören. Mir ganz allein. Du hast einen FBI-Mein umgebracht und sie werden dich jagen, bis sie dich finden. Jerry findet unerwartete Hilfe. Ich glaube, ich weiß, wo Sie sind, Mr. Cotton. Wenn Sie mich mitnehmen, zeige ich Ihnen den Weg. Nicht schießen! Nicht schießen! Er hat Alice. Ein Mörder verändert sein Gesicht. Moment, die Hände weg. Sie können sich leicht bewundern. Niemand kennt ihn mehr. Eins wissen wir aber genau. Costello ist der gefährlichste Bursche, den wir je gejagt haben. Hör mich! Hör mich! Mein Kind, was wollen Sie von meinem Kind? Werfen Sie die Kanone weg! Er hat mein Kind! Scheiße! Skrupellos benutzt ein Verbrecher ein Kind als Geißel. Jerry setzt alles auf eine Karte. Hilfe! Hilfe! Nein! Nein! Die Unterwelt ist in Aufruhr. Wer durch den amerikanischen Kontinent wird der Mörder eines FBI-Mannes gejagt. Da gibt es kein Entkommen. Jerry greift an. Verschwinde! Von seinem gefährlichsten Abenteuer berichtet der Film Todesschüsse am Broadway. Der Atem, den es je gab. Ein prickelndes Vergnügen. Auch für Sie, meine Damen. Jerry erwartet Sie. Der Atem ist jetzt verdient è in Germany. Das ist wichtig. Der Atem ist bis dahin. Ein kurzer是的, mirctoralstnya Compyros.